5 Nights at Fluffers die normale Versionen spielen die 5 Nights at Fluffers mal schauen ob es genau so gut ist wir starten Fluffers Family Pizzeria Brassander und ich sage mal hier gibt es auch 5 Nights at Left Click to monitor bar open right click to close hey there and welcome to your job here at the old Fluffers Family Restaurant as you can see the place has been run down for some time now it's a shame really this place used to be booming with customers but that's not the point the point here is that you've been hired to guard over the place at night from 12 to 6 am to make sure none of the merchandise gets destroyed but you should notice you're the one who applied haha so here's the basic rundown we have a monitor which lets you check the restaurant for anything weird going on but don't use it too often as you only have limited power during the time there see the owner doesn't want to rack up a huge energy bill if you aren't aware of your surroundings the old animatronics might get in the office and give you a little surprise what tie is this to all? oh yeah forgot to mention the old models that still move around during the night seems like they're on some sort of free roam mode er 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 look just keep them out and you'll be fine i'll talk to you tomorrow what? ehhh aaah ok i'd miss ¿kuckuckuckuckCause don't fix my one Korrigiere mich. Mich würde gerne interessieren, was das für ein... was das zu bedeuten hat. Es kommt kein... Es ist dann rechts. East. Rechts. Links. Spare Part room. Und wer kommt von vorne? Dining area. Hier sehe ich niemanden. Hier ist kaputt. Komm tut mir keiner. Aber erst jetzt hier. Bin mal gespannt hier. Hm. Moment ja noch alles ziemlich ruhig. Ich kann halt nicht hier links. What? What? Kamera footage los? What? Shit. Hier kann ich aber nicht schli... Hier... Ah, das ist nicht schlecht. What? What? Man, bin ich ne Oper Lusche, oder? Kacke. Jo. Hau mich doch. Shit. Ich hätte... Ich hätte mich nur auf das Licht auf hier vorne konzentrieren sollen, oder? Ich denke mal, das war... Das soll die Lüftung darstellen, wenn das Lüftungsgeräusch kommt. Was? Aber hier steht auch nirgends Vent, oder? Habe ich irgendwo Vent gelesen? Ne, Bathrooms. Spa. Bath. Room. Ah, East Vent. Lüftung. Ah, das sind die Lüftungsschächte. Shit. Das hier. Und bin ich depp, oder? Und bin ich depp? Und bin ich depp? Ich bin ja der Vollsprung, oder? Ich liess ja die ganze Zeit. West. East. Wentz. Lüftung. Moin bin ich depp? Wie steppert? Das geht sich auch manchmal so an. Man sieht etwas. Man registriert es, aber irgendwie... Man weiß, dass es es ist, aber... Dann denkt man nicht mehr dran. Dann ist sie irgendwie wieder weg, denn... Wie jetzt? Ich lese. East Vent, West Vent. Und dann frage ich mich, Ich... Was soll die Lüftung sein? Ich hab's doch gelesen. Jesus. Ich bin so ein... Honky Tonk. Oh je, jetzt krieg ich's. Ich hab wieder Hauer. Verdienter Hauer. Ich hab mich erst dran gewöhnt, dass man mit links... Monitor und dann mit rechts aus dem Monitor rauskommt. Ist ungewohnt. Normalerweise klickbar und klickbar. Er kommt von Westen. Ich hab raus. Warte. Einmal noch hier? Und jetzt in den Monitor rein. Ist immer noch da? Jezus! Kommst du? Kommst du? Ist er weg? Kommst du? ... ... ... ... ... Ja, sind wir noch hier? Hier geht nichts. Ja, sitzt doch noch hier. Bin ja mal gespannt hier. Ja, ich möchte dir mal meinen Fehler entschuldigen. Was ist das? Wir könnten sogar die Nacht überleben. Wieder die erste Nacht, die ominöse erste Nacht. Das erste Mal ist immer das schwierigste, oder? Die erste Nacht. Bis man mal so drin ist, in so einem Spielchen. Andere wird es mit Sicherheit besser gelingen. Ja, aber ich versuch's ja, ich versuch's auch wieder. Es nervt mich schön, dass ich beim ersten Versuch gleich so kläglich gescheitert bin. Wo kommt er jetzt? Wo kommt er jetzt? Oder von hier? Nein, lieber mal gucken. Interessiert irgendwas hier? Er ist nicht weg. Jetzt ist er weg. Oh, 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 oh. Huuuuh, 6 O'clock! Da freut sich der alte Mann! Yippieie! Und das rittes! Hat kommt das fett! Niko! Telefon ist dringend! Mal hören, was er sagt! Mal hören, was wir jetzt machen müssen! Und ich verstehe! Hey, looks like you made it through the first night I'm proud of you Did any of the animatronics give you trouble? Yeah, they can act strange sometimes Anyway, I'm sure you've seen that spare animatronic in the back I think he was called Scratch You know, since he's a cat Um, he seems to activate on his own sometimes He must have faulty wiring or something I mean, they tried to deactivate him We can see how that turned out Be careful though Make sure he doesn't leave the room Otherwise, he'll give you a surprise Anyway, that's all I'll speak to you tomorrow Nein, 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 nein Ich kann auch nichts anders drücken oder so Ich hab gedacht, dass man jetzt vielleicht I can't control oder shift oder sonst was drücken Dass man vielleicht eine Maske oder so Ne, 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 ne Dat funktioniert hier alles nicht Ich dachte, sie sind nach zwei noch überleben. Ich bin so eine Lusche. Glaubt mir, Leute. Was ist denn da längst? Hören? Hold auf. Ne, oder? oder? Ist er weg. Er ist weg. Jesus. Das finde ich cool. Rechts. Yes. Klinas. Das finde ich cool hier an der Mitte. Wenn er da auf einen zuläuft. Das macht Spaß. Ich hoffe nur, dass keiner von links kommt, weil es sonst geht. Drei Uhr schon. Hör ich was? Von rechts, äh von links. Der Vollhunk von rechts, Jojo. Ich mit meiner rechts und links schwäche Koordinationsproblems. Oh, hör auf zu klopfen, du Hunk. Gucken. Wollen wir jetzt mal. Da finde ich ja ganz keiner. Der hat auch genug. Oh, oh, oh. Ich bin mal gespannt, dass ihr das zu dem Spielchen sagt. Ob es euch gefällt oder nicht. Mich würde es natürlich sehr freuen, wenn es euch gefällt. Würde mir Spaß machen. Nein, da macht es viel mehr Spaß. Wenn man liest, dass es einem Spaß macht, so. Als Zuseher. Dann motiviert es auch. Ansonsten immer so, ach, jung Mann. Keiner mag was ich mag. Wo ist sie? Wo ist sie? Wo ist sie? Wo ist sie? Kommt er wieder von rechts? Oder kommen sie von beiden Seiten? Ich glaube sie kommen von beiden Seiten, oder? Wenn mich jetzt alles täuscht. Das darf doch nicht wo sein. Kommt er schon wieder... Oh, shit! War er schon wieder in der Mitte? Ach, Mann! Oh, nö! Oh, Mann, bin ich so... Warum bin ich so schlecht? Ich bin so ein Vollspunk hier echt. Oh, nee! Nein! Ich könnte schon wieder... Ich könnte schon wieder... Heulen! Heul nicht, du kleines Kind! Ich glaube, ein kleines Kind reißt sich noch mehr zusammen wie ich. Was für ein Armutszeugnis! Voll der Spunk-Honk! I'm a Honk! Oh, mei! Leute, es tut mir so leid. Nein, ich möchte dieses Let's Play nicht in die Länge ziehen. Ich möchte unbedingt diese nach 2 noch schaffen. Oh, Mann! Oh, Mann! Das ist... Ich bin doch 2! Ich meine... So arg kommt das jetzt nicht. Obwohl... Ich habe es nicht gesehen. Ich habe doch immer in den... in den Monitor geguckt. Ja, ich habe immer das Licht angehabt. Was ist denn da schiefgelaufen hier, Leute? Was ist da passiert? Was ist passiert? Was ist passiert? Was ist denn da manchmal wieder verbrochen hier? Ich habe es verbogen, Leute! Kommt da, oder? Ich muss auf jeden Fall mehr dieses... die Mitte im Auge behalten, habe ich schon gesehen. Was soll sie nicht sehen? Ich habe alles gesehen. Was ist passiert? Ja, ich habe nichts mit dem Lernen. Ich habe es nur die Hörthalas. Du willst sagst. Man kann da, oder? Mir geht es schon mit den Regen. Das ist nicht so. Ich bin da, oder? Ich muss die Mitte im Auge behalten, sonst funktioniert das nicht. Ich glaube ich bin zu viel mit den Monitoren, ich spiele viel zu viel mit den Monitoren, ich muss sie bitten. Links. Mit dem Auge behalten. Was geht jetzt ab? Ja. 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 Ich weiß von der, von wo der kommt, also hier. Der in der Mitte ist nicht gut. Ich trau dem Frieden gerecht. Ich trau den Gehäuse nicht. 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 Ich trau nicht. Wieso? Ich hab doch das Licht eingelassen. Ja, Freund, ich würde sagen, für heute lang, die nächste Nacht wird es erstmal einen weiteren Part geben. Ich muss mich hier erstmal sammeln, also, ich habe ihn doch angeleuchtet. Und es ist der Blaue, der Blaue kommt von dem wieder, oder? Mal wieder geistig überfordert. Ich hoffe, ihr habt trotzdem ein bisschen Spaß. Ich würde mich freuen, wenn ihr wieder einschalten würdet bei Five Nights at Fluffers. Mit Nacht 2. Ich bin so ein Spunk. Natürlich bei allem andere, was ich euch anbieten werde in nächster Zeit. Ich bedanke mich sehr bei euch fürs Zusehen. Oh, bis dahin, gewissers Leben in Schuldenlauf. Hauptspaß miteinander, verhaut es euch nicht. Bis zum nächsten Mal, ich sage, tschöne wieder und euer Rusty Man. Das war Five Nights at Fluffers. Nacht 1. Ich bin so schlecht. Thank you, goodbye. Euer Rusty. Ciao. Civelfristy über Haus. Du vraagst nicht für dich die Freude.